Wenn über die Klimakrise geredet wird, geht es ja häufig auch um Unternehmen und die Frage, ob sie eher Teil der Lösung oder eher Teil des Problems sind. Ich bin der Meinung, dass wir uns dazu einfach nur auf die Fakten konzentrieren sollten. Und deshalb werde ich mir heute mal anschauen, wie genau der Beitrag der Unternehmen zur Erderhitzung eigentlich gemessen werden kann. Schön, dass ihr Wahn und Sinn gefunden habt. Mein Name ist Johannes und ich beschäftige mich hier immer mit Wirtschaft und Geld. Ein paar von euch wissen es ja schon. Ich bin ausgebildeter Banker und ich merke, dass es echt viele Menschen gibt, die überhaupt keine Ahnung von diesen beiden Themen haben. Und meine Mission ist, genau das zu ändern. Deshalb gibt es diesen Kanal. Also wenn ihr das gut findet, abonniert auf jeden Fall Wahn und Sinn und aktiviert die kleine Glocke, damit ihr die nächsten Videos nicht verpasst. Seit einem guten Jahr geht es ja in den Medien immer mehr um den menschengemachten Klimawandel. Und es liegt natürlich auch an Fridays for Future. Aber wenn man den Protest genauer anguckt, merkt man, dass am Anfang noch sehr stark die Politik adressiert wird, damit die Regierung was an den Rahmenbedingungen ändert. Inzwischen werden aber auch einzelne Unternehmen direkt attackiert. Irgendwie auch ganz nachvollziehbar, denn Unternehmen sind immerhin für 79 Prozent der energiebedingten Treibhausgasemissionen verantwortlich. Wenn man sich jetzt aber auf den Konzernwebsites umguckt, dann könnte man fast den Eindruck bekommen, dass das Weltklima nur durch deren Engagement gerettet werden wird. Es gibt Corporate Social Responsibility Maßnahmen, es gibt Nachhaltigkeitsberichte und es gibt generell ganz viel PR-Sprech. Aber gerade weil diese Debatte so emotionalisiert und nicht unbedingt nur faktenorientiert geführt wird, möchte ich mir heute mal anschauen, wie man eigentlich den Beitrag der Unternehmen zur Klimakrise neutral bestimmen kann. Tatsächlich veröffentlichen die meisten Unternehmen schon jetzt ziemlich genaue Daten dazu, wie groß ihr Einfluss aufs Weltklima eigentlich ist. Es ist aber nicht so, dass alle auch die Rechnung dahinter verstehen. Und wenn man den Kontext zu Zahlen nicht kennt, dann bringt einem die Zahlen selbst halt auch eigentlich gar nichts. Aber deshalb gibt es jetzt dieses Video. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass ihr alle den Treibhauseffekt verstanden habt. Falls nicht oder falls ihr das nochmal auffrischen wollt, dann lasst es euch doch einfach von Professor Dr. Volker Quaschning erklären. Wir schauen uns dazu aber erstmal ein paar Fakten zum Treibhauseffekt und zum Klimawandel an. Und ich ziehe mir etwas Trockenes an und hänge mal die nasse Wäsche auf die Leine. Ich habe das Video auf jeden Fall oben in der Ecke verlinkt. Um jetzt rauszufinden, wer welchen Beitrag zur Klimakrise leistet, lassen sich, vereinfacht gesagt, die Treibhausgasemissionen zählen. Natürlich wird da jetzt nicht einfach so wild drauf losgezählt, sondern es ist genau festgelegt, wie das funktioniert. Und zwar im Greenhouse Gas Protocol. In den 90er Jahren haben sich NGOs und Unternehmen zusammengeschlossen, um diesen Standard zusammenzuentwickeln. Denn bis dahin gab es gar keine einheitliche Zählweise von Treibhausgasemissionen. Dieser Standard wird seitdem aber auch weiterentwickelt, was einerseits von der Industrie, aber auch von so staatlichen Akteuren wie unserem Umweltministerium finanziert wird. Im Rechnungswesen gibt es ja klare Vorgaben, wie zum Beispiel ein Unternehmen den Gewinn zu ermitteln hat. Und genauso gibt es im Greenhouse Gas Protocol klare Vorgaben, wie die Treibhausgasemissionen errechnet werden müssen. Tatsächlich orientieren sich diese Standards an den Standards der Buchführung. Deshalb muss zum Beispiel von vornherein der Zeitraum ganz klar definiert werden. Also vom 01.01. bis zum 31.12. von einem bestimmten Jahr in dieser Zeit werden Daten erhoben. Bei der Datenerhebung herrscht dann absolutes Transparenzgebot. Das heißt, alle Daten müssen erhoben werden, aber auch alle Daten, die erhoben wurden, müssen verwendet werden. Und die müssen dann auch miteinander zusammenpassen. Auf dieser Art entsteht dann die CO2-Bilanz, die ausweist, wie viel Emission ein Unternehmen in einer bestimmten Zeitspanne emittiert hat. Es gibt neben CO2 natürlich noch andere Gase, die den Treibhauseffekt befeuern, wie zum Beispiel Lachgas oder Methan. Aber die wirken jeweils unterschiedlich intensiv und unterschiedlich lange in der Atmosphäre, was alles wahnsinnig kompliziert machen würde. Deshalb werden diese anderen Gase einfach in CO2-Äquivalente umgewandelt. Und wenn ich jetzt im weiteren Verlauf des Videos von CO2 spreche, meine ich CO2-Äquivalente mit Inbegriffen. Die CO2-Bilanzierung nach diesem Standard ist zwar nicht verpflichtend, aber trotzdem haben schon 2016 über 92% der 500 größten Unternehmen auf diese Art bilanziert, also haben ihre CO2-Emissionen offengelegt. Wir schauen uns jetzt mal ein bisschen genauer an, wie diese Berichte eigentlich aufgebaut sind, denn die Emissionen werden in unterschiedliche Bereiche eingeteilt. Und die nennt man Scopes. In Scope 1 werden all die Emissionen erfasst, für die das Unternehmen direkt verantwortlich ist. Also zum Beispiel die Fabrik oder die Fahrzeugflotte, aber auch so Sachen wie ein Leck in der Gasleitung. In Scope 2 geht es um die indirekten Emissionen und zwar aus dem Energiebereich. Also wenn das Unternehmen, was wir uns jetzt anschauen, Strom und Fernwärme bezieht zum Beispiel, würde man gucken, wie viele Emissionen bei der Produktion von der verbrauchten Menge Strom und Fernwärme in den jeweiligen Zulieferbetrieben entstehen. Und dieser Teil der Emissionen der Zulieferer würde dann zu Scope 2 vom betrachteten Unternehmen gezählt werden. Spätestens jetzt wird auch klar, wieso es so wichtig ist, dass es einen einheitlichen Standard gibt. Denn die Unternehmen geben ja auch Informationen über ihre eigenen Emissionen an andere Unternehmen weiter, damit die die Scope 2 berechnen können. Alle anderen indirekten Emissionen zählen zu Scope 3. Einerseits die in der Produktion, also wenn Teile zugekauft wurden, geht es um die Emissionen der Zulieferbetriebe. Aber auch die Emissionen, die nachgelagert sind, also zum Beispiel bei der Nutzung oder der Entsorgung der Produkte, werden zu Scope 3 gezählt. Auch wenn dieses System an sich erstmal total schlüssig ist, gibt es in der Praxis dann doch immer wieder ein paar Herausforderungen. Die Scope 1 Emissionen von einem Energiehersteller sind gleichzeitig die Scope 2 Emissionen von dem Unternehmen, was Energie bezieht. Das heißt, wenn jetzt jemand mehrere Unternehmen zusammenrechnen würde und da sind diese beiden Unternehmen drin, dann würden die gleichen Emissionen eventuell doppelt gezählt werden. Aber auch wenn das Ziel ist, die Emissionen von unterschiedlichen Unternehmen miteinander zu vergleichen, ist das Greenhouse Gas Protocol nur bedingt tauglich. Denn es lässt gerade in Scope 3 den einzelnen Unternehmen viel zu viel Gestaltungsmöglichkeit. Das Unternehmen Volkswagen geht davon aus, dass die eigenen Autos über die gesamte Lebensdauer 200.000 Kilometer bewegt werden. BMW rechnet aber nur mit 150.000 Kilometern über die gesamte Lebenszeit. Das heißt, es ist jetzt nicht so besonders verwunderlich, dass die Scope 3 Emissionen von BMW sehr viel geringer sind als die von Volkswagen. Es gibt halt bei vielen von solchen Geschichten keinen einheitlichen Standard und das macht die Sache dann ein bisschen kompliziert. Falls ihr noch mehr von solchen Beispielen haben wollt, dann schaut mal unten in die Beschreibung, da werdet ihr auf jeden Fall fündig. Trotzdem, das bloße Sammeln von den Daten und Zahlen sorgt ja dafür, dass dann im nächsten Schritt auch was geändert werden kann. Ganz nach dem Motto, if you can't measure it, you can't manage it. Aus meiner Sicht sind CO2-Bilanzen wirklich nur der erste kleine Schritt hin zu ein bisschen mehr Transparenz. Aber diese Transparenz braucht man, um Unternehmen nicht nur die Fuß zu blamen, sondern ganz konkret aufzuzeigen, wie groß die Mitverantwortung für die Klimakrise eigentlich ist. Und zwar in Zahlen, denn das ist die Sprache, die in Unternehmen gesprochen wird. Dafür ist das Greenhouse Gas Protocol tatsächlich jetzt schon richtig gut geeignet. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Ich habe außerdem hier meine Playlist verlinkt, wo es um Wirtschaft im Business-Kontext geht und nächste Woche geht ein Video online, wo es nochmal um eine schlauere Art von CO2-Tracking geht. Also das kommt dann hier hin. Wenn da noch nichts ist, dann solltet ihr unbedingt den Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren, damit ihr benachrichtigt werdet, wenn dieses Video rausgeht. Ich glaube, das wird ganz cool. Von daher freue ich mich einfach aufs nächste Mal. Bis dahin. Ciao.